Hallo und Willkommen, ich bin MK3 und wie ihr seht, ist es natürlich noch mal Zeit für Warframe. Und heute, heute gibt es endlich, mit auch einer Woche Verspätung, die Zusammenfassung vom Devstream 101, beziehungsweise 101 eben. Gut, fangen wir mal vorne an, auch wenn die Informationen teilweise jetzt ein bisschen, ich sag jetzt mal eine Woche halt zu spät kommen, aber trotzdem nehme ich die jetzt von letzter Woche halt mal gerade noch mit. Gut, als erstes hätten wir zum Beispiel auch die Konsolen ja endlich in der Lage waren, in den Plains of Idle rumzulaufen, um wahrscheinlich relativ viel zu fischen und Erz abzubauen und so weiter und so fort. Zusätzlich hat aber auch noch die Playstation 4 so einen kleinen Bonus, nämlich vier Jahre Warframe auf der Playstation 4. Diesbezüglich gab es halt ein paar kleine Ingame-Präsente und ihr konntet euch, so wie ich es verstanden habe, sofern es nicht auch immer noch so ist, eine Farbpalette für einen Credit vom Markt euch holen. Falls ihr es nicht getan habt, solltet ihr es noch tun und ich hoffe, dass es noch nicht vorbei ist und sonst erzähle ich euch Sachen nämlich, die schon durch sind. Wie dem auch sei, wie dem auch sei, den Wegler haben natürlich noch angedeutet andere Sachen, wie zum Beispiel, dass momentan zwei verschiedene Contests laufen, beziehungsweise gerade noch am Laufen sind, weil ich sehe gerade, dass das eine Event, der eine Contest, also der Wettbewerb, in einem Tag vorbeigeht. Aber trotzdem spreche ich sie beide an der Stelle noch an, nämlich zum einen gibt es ein T-Shirt-Design-Contest, wo ihr eben ein T-Shirt designen könnt und das wird danach ähnlich gehandelt wie von TennoGen. Das heißt, man wird in den Worten, ihr kriegt anteilig am Verkauf der T-Shirts eben auch Knete dafür. Ist in dem Zusammenhang gar nicht mehr uninteressant, verlinke ich in der Hunde nochmal genau die Infoseite. Und natürlich, dass dieses eine Event, wegen was nur noch einen Tag dauert, das wäre nämlich ein Videobasteln von 25 Sekunden Länge, ein 25 Sekunden lang dauerndes Werbevideo, eben mit dem Titel Tenno's Greatest Trailer. Das heißt beim Worten, wir sollen da also irgendwie innerhalb von 25 Sekunden für Warframe irgendwas Sinniges an Werbung zusammenkleistern. Und wir dürfen da auch nur Sachen aus dem Spiel nehmen. Wir dürfen aber sogar den Soundtrack benutzen, der normalerweise in Videos nicht so unbedingt erlaubt ist. Sei jetzt einfach mal, weil ich habe deswegen nämlich nachgefragt, weil ich wollte sehr gerne den offiziellen Soundtrack auch ein bisschen in meinen Videos benutzen. Die sagten direkt so, ey, lass das besser. In dem Video, was ihr bauen sollt, dieses 25 Sekunden Ding, soll das ruhig auch drin sein. Belohnung des Ganzen, zumindest für jetzt nicht die T-Shirts, weil da kriegt ihr ja anteilig an dem, was gebastelt wurde, der Belohnung, äh Geld. Nein, hier wäre es dann so, bei dem Video, was gebaut werden soll, 10.000 Dollar als Preisgeld für den ersten Platz. Wo ich sage mal ein bisschen wie, ah, eigentlich hätte ich da mitmachen sollen, in einem Tag schaffe ich das mal gerade nicht. Davon mal abgesehen sind meine Videos niemals 25 Sekunden lang, deswegen bin ich da leicht außen vor. Gerade weil die Konsolen ja eben auf den Planes of Eidland eben jetzt aufgeschlagen sind, auch wenn es schon eine Woche her ist. Natürlich gibt es bei meinem Channel das ein oder andere Infovideo, was euch womöglich weiterbringen, was kann. Ich weise nur mal dezent darauf hin, ohne weiter jetzt die Worte zu verlieren, gehen wir mal schnell weiter. Neben den Punkten, die nämlich gleich kommen, haben die Entwickler durchaus ja vor, dass für den Dojo noch ein paar Sachen ins Spiel kommen. Zum Beispiel gibt es momentan ja den sehr, ich sage jetzt mal, feststehenden Hindernislauf, den man unglaublich gut exploiten kann. Und deswegen gibt es auch so schöne Zeiten wie teilweise eine Sekunde oder sowas. Nein, aber dieser Hindernislauf soll auch tatsächlich mal verändert werden. Jetzt nicht im Sinne von, dass das anders aussieht, sondern dass der von uns selbst gestaltet werden kann. Wo ich mir jetzt schon sage, ach, das ist mal schön. Das ist auch mal sehr schön. Da sollen auch dann so kleine Zielschusseinlagen mit drin sein. Also wie gesagt, das wird das Schönste, wir können es halt selber bauen, was am Ende des Tages rauskommt. Und ich denke mal, das ist eine feine Idee. Das ist eine feine Idee, da kann man dann womöglich dann einen sehr geschickten und vielleicht auch mal einen sinnigeren, sage ich mal, hinter das Lauf hinbauen, als der momentan im Spiel ist. Dann wurde von den Entwicklern kurz darauf eingegangen, wie es dann aussähe mit der Frage, können wir irgendwann mal Riven-Mods auch mal transmuten? Das heißt, man wird also darum würfeln, ob wir vielleicht mal einen gescheiten Neuen kriegen. Und so ganz abgeneigt sind sie ja doch nicht. Am Anfang haben sie direkt gesagt, nein! Und jetzt haben sie langsam gesagt, schauen wir mal, schauen wir mal. Das heißt also, vier Riven-Mods opfern, um einen zufälligen Neuen zu kriegen. Ich meine, die Idee fände ich wirklich nicht schlecht. Und jetzt ein paar Sätze mehr zu dem kommenden Warframe Cora, die ja so eine Art Katzenlady sein soll. Das heißt, man hat einen Warframe, der womöglich eine Peitsche beschwören kann und eben ein Kabat beschwört auch als Fähigkeit, wo ich sage mal, oh, interessant, interessant. Aber jetzt haben sie ein paar Sachen dazu erzählt, wie denn die ein oder andere Fähigkeit aussehen wird. Weil sie hatten sich vorgestellt, dass die Dame halt einen Modus wechseln gehen kann und dementsprechend, was für einen Modus sie hat, eine Schadensader noch eher macht. Zum Beispiel wäre das sowas wie, wir reden jetzt nicht von Elementschaden, wie beim Chroma, sondern sie haben eher das verglichen mit den verschiedenen Fähigkeiten von Ivara und meinten sowas wie eben, dass man mehr Stich-, Durchschlag- oder Einschachschaden machen kann. Wobei jetzt nicht einfach nur so, oh ja, die Peitsche macht jetzt nur Schnittschaden, sondern dass das auch alles insgesamt ein bisschen besser skaliert. Die Idee dahinter war jetzt gewesen, weil wenn man, beim Ernst, wenn man jetzt die Wahl hat, bei einer beschworenen Waffe, die womöglich mehrere Ziele auf einmal treffen kann, zu fragen, oh, was für ein Schadenselement, in Anführungszeichen, Schadensart, sondern die Waffe machen, werden wahrscheinlich sehr viele Leute sagen, wie wäre es mit Schnitt, wie wäre es mit sehr viel Schnitt. Und da haben die Entwickler gesagt, ja, da werden alle Schnitt wählen, das wäre ein bisschen doof und deswegen haben sie sich überlegt, sie wollen die Sache ein bisschen anders gestalten, nämlich gerade der Statuseffekt von den ganzen quasi Buffen gehen. Jetzt nicht nur der Schnitt verbluten lässt, das kennen wir jetzt irgendwo, ja, sondern zum Beispiel Durchschlagschaden macht der normalerweise momentan, wenn ich mich völlig vertan habe, für ein paar Sekunden, und dass der Gegner so und so viel Prozent fand, 25 Prozent, meine ich mich, ich könnte mich jetzt gerade vertun, 25 Prozent schwächer macht, wo ich sage mir so wie, das braucht kein Mensch. Jetzt haben sie gesagt, gerade mit diesem Moduswechselerei, dann würde Durchschlagschaden eben nicht nur hier 25 Prozent, sondern bis zu, dementsprechend wie toll eben die Nachkampfwaffe ist, bis zu 90 Prozent den Schaden von dem Gegner reduzieren. Wo ich sage mir, ja, 90 Prozent ist dann tatsächlich mal eine Zahl, wo ich mir dann überlegen wollen würde. Oder auch Einschlagschaden macht jetzt nicht nur so kleine Zurückschlag-Effekte, wo die Gegner sagen, oh, das tut ja beider weh, sondern nach dem Motus geht dann, das soll richtig skalieren, höher skalieren, bis hin zu niedergeschlagen werden, oder tatsächlich durch die Landschaft gekegelt werden. Wo ich mir jetzt schon sage, oh, 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 das kann auch sehr hilfreich sein in manchen Situationen, wo ich sage mir, oh ja, ja, das ist interessant. Dementsam haben sie auch gesagt dann, auch bei Elementen hatten sie sich dann überlegt, wie das vielleicht skalieren gehen könnte. Wo ich sage mir, Elemente inwiefern? Zum Beispiel bei Blitzschaden haben sie gesagt, dass das Ziel nicht einfach nur so den Blitzschaden um sich herum verteilt, sondern eben, dass das Ding so eine Art Batterie wird, dass das Ding quasi beim längeren Nachschlagen immer mehr und mehr rumblitzen tut und nie wieder aufhört. Wo ich mir sage dann, oh, oh ja, erzähl uns mehr. Aber das sind sie jetzt so am Basteln gehen. Das ist noch nicht final, das Ganze. Aber was auf jeden Fall schon mal schön ist, wenn Cora diesen anderen Modus aktiviert, sieht sie auch leicht anders aus. Wo ich jetzt schon mich frage, interessant, erzählt mir bitte mehr. Ich hätte gerne auch was gezeigt, aber sie hatten leider keine Bilder. Dann haben wir die ersten schönen Bilder. Jetzt sind die ersten Bilder, wo ich die jetzt überhaupt zeige. Und zwar von einer neuen Waffe. Sie haben mir vor längerer Zeit schon mal gesagt, dass sie Fächer zeigen wollten im Spiel. Fächer, jawohl, Fächerwaffen. Zum Wind zu wedeln. Die Dinger nur mit Kling wahrscheinlich dran. Und da gibt es jetzt auch erst mal die entsprechenden Stance-Mode. Mit den Kombos wurden jetzt mal fertig gestrickt, so wie das aussieht. Und natürlich die passende Waffe wird ins Spiel kommen, wo ich sage mir so wie, ja, jetzt zeigt. Also ich meine, zeigt mehr, hätte ich beinahe gesagt. Aber das sieht ja auf jeden Fall schon mal sehr stylisch aus. Wie sinnig das dann auch alles sein wird, müssen wir dann mal gucken. Das soll jetzt auch nicht sofort rauskommen, aber bald, Fragezeichen. Soon ich, wie man so schön sagt. In den nächsten Updates wäre das mit bei. Das heißt, man hat fixen es fallen dabei raus, nehme ich mal an. Gut, gehen wir schon weiter. Nämlich zum neuen Sentient, hätte ich beinahe gesagt. Aber er ist ein Sentient ja auch, kurz zumindest zum Verein. Nämlich den neuen Megalöst. Sozusagen der große Bruder vom Terra-Löst in den Plains of Idlen. Und der soll auch tatsächlich ein bisschen mehr können. Zum Beispiel, dass jeder einzelne Tritt, den er macht, Gegner schon, also uns in dem Falle, niederstrecken kann. Und dass er keine sozusagen Maschinengewehr an der Seite hat, sondern einfach einen gigantischen Laserstrahl. Und leider haben die Entwickler noch nicht unbedingt alles gesagt, was sie hier damit vorhaben. Aber auf jeden Fall soll er dementsprechend, in was für einer Phase er sich gerade befindet, Leute zu animieren, rankommen zu müssen oder sehr viel Abstand halten zu wollen. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie wir es danach umsetzen. Weil das ist ja nicht unbedingt der Eidlen-Type, den sie ja damals schon mal vorgestellt hatten, sondern es ist tatsächlich noch mal ein neuer. Der einfach nur ein bisschen, so ein bisschen, sozusagen Terra-Löst 2.0, also eben der Megalöst. Und jetzt komme ich zum Punkt, wo ich fast froh bin, dass ich eine Woche später dran bin mit dem Video. Denn Mirage hat ja eine Fähigkeit verändert bekommen. Ich hätte jetzt fast ganz trocken gesagt, oh, sie haben was für mir raschen Fähigkeiten geändert. Bestimmt, bestimmt kommen doch die dann bald auch als Prime, hä? Hm, hm. Sieht beinahe so aus. Zumindest, wenn man dem einen oder anderen Data-Miner glauben wollen würde. Wie nehmen wir mal was sein? Auf jeden Fall ist eine Fähigkeit verändert worden, nämlich Slide of Hand, wo man normalerweise eben Konsolen oder ähnliche Sachen zu Bömmchen umbauen lassen konnte. Und jetzt tut man auch zusätzlich eben auch noch, ja gut, beim Deathstream waren es Geschenke. Ich habe es auch mal kurz probiert. Es sind wirklich so eine Art Juwelen, die man beschwört, die Landschaft. Und wenn wir eben sozusagen unsere Klone halt beschwören bei der guten Mirage, dann tun wir noch mehr von diesen Juwelen hintackern. Dementsprechend, wo wir diese Juwelen hintackern, gibt es auch andere Effekte. Zum Beispiel, wenn wir die am Tag beschwören, also ins helle Licht beschwören irgendwo hin, dann würden Gegner eben damit begrüßt werden, wenn sie sich dem Ding nähern mit einer Explosion. Sollten wir danach das Ding zaubern, beziehungsweise eben in eine dunkle Stelle, dann würden alle Typen außen herum, die sich der Sache nähern wollten, geblendet. Wo ich mir jetzt schon sage, dann, haaa. Gerade in den Plains, wo jetzt mit Schatten und so, wo man nicht gerade in Hüllen unterwegs ist, ein bisschen weniger zu holen ist. Wobei, es kommt natürlich auch an, wie das Gelände gerade aussieht und welche Tageszeit gerade herrscht. Aber generell ist an den Plains ja durchaus ein bisschen weniger Schatten gegeben als in der einen oder anderen Mission. Deswegen kann ich mir vorstellen, in der Nacht kann man halt super Leute alle konsequent blenden mit allem, was man tut, weil es ist ja dunkel. Und am Tag ist das eher so Richtung, ja, da jagt man die Typen halt mit Böhmchen über den Jordan. Zudem gab es auch schon Hotfix, wo der ein oder andere Anzeigefehler ein bisschen behoben wurde. Warum auch nicht? Ja, und wie gesagt, der eine oder andere Datameine meinte jetzt, dass eben Mirage Prime auch als nächstes käme. Boah, warten wir einfach mal ab. Ich bin da immer gespannt, wenn ein neuer kommt. Ich glaube, das Schlimmste wäre, wenn dann die Mirage Prime wie ein Clown wirklich aussieht. Ich glaube, dann will ich die nicht haben. Gut, gehen wir wieder mal weiter, nämlich zu neuen Gegnern auch im Spiel. Denn, da haben sie schon mal ein bisschen was gezeigt, wie wohl die neuen Grineer-Ghule in dem Falle, also ich hätte fast gesagt, die Untoten beinahe gesagt, von den Grineers, eben, die sind im Boden versteckt haben, irgendwo eben uns hinterhaltig auflauern und eben uns abmurksen wollen. Sei es nur mit Selbstmordattacken von den Bomben, die sie an sich gebaut gekriegt haben, sei es nur mit großen Kettensägen, womit sie uns in Scheiben schneiden wollen, oder sei es mit komischen Flammenwerfern, die sie irgendwie montiert haben überall. Da sage ich mir ein bisschen wie, ja, nee, ist klar, Flammenwerfer. Mhm, und Tote mit Flammenwerfer, ihr raucht wohl irgendwas, hä, was? Diese Gule sollen übrigens jetzt auch so in absehbarer Zeit auch tatsächlich im Spiel aufschlagen, also auf jeden Fall vor Ende des Jahres noch. Und da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Es sollen insgesamt sogar vier Typen geben, hernach, am Ende des Tages. Den vierten zeige ich auch gleich, aber hier, das Schöne ist dabei, gerade, wenn ich es gut hinkriege, wenn wir jetzt hier so einen Kollegen sehen, der scheinbar wie eine Art Skateboard quasi sich draufsetzt auf die Kettensäge und durch die Landschaft damit marschiert, diese Kettensäge, diese zweihändige Kettensäge, also dieses, eigentlich ist es eine Kreissäge, um genau zu sein, aber dieses Teil soll es tatsächlich auch für die Tennos irgendwann geben. Also für uns, sage ich mir, so ausgezeichnet. Womöglich fahren wir dann in so einen Untergang mit diesem Kettenteil da, also mit diesem, ne? Aber trotzdem fände ich es schon cool. Wehe, das Ding macht dann nicht super viel Verblutungsschaden. So, und der vierte wäre jetzt so ein bisschen, ähm, hm, ja, so ein etwas kompulenterer von den Ghulen, der auch teilweise ein bisschen albern aussieht, der auf jeden Fall so aussieht, als ob er schon, äh, ja, wie meint den Entwickler schon ein bisschen so, ist das ein fehlgeschlagener Klon von Wehek? Da habe ich gesagt nur, ja, womöglich. Äh, nee, aber der Typ kann halt quasi aus einer Zunge verschießen und sich dann ranziehen, wo ich mir sage dann ein bisschen, der schwere Typ zieht sich mit der Zunge an uns ran? Müsste der uns nicht ranziehen, so wie er aussieht? Aber ist egal. Und dann würde er eben auf uns draufdrechnen, womöglich im Nahkampf. Hm, hm. Äh, ja, Steve meint übrigens noch, die haben übrigens eine kleine Überraschung, die jeweiligen Typen. Und zwar sollte man ein bisschen an D&D denken, weil alle Gulen dort hatten ja auch was gemeinsam und nicht so ganz kurz überlegt, Paralyse? Fragezeichen? Krankheiten? Nee, Krankheiten war es nicht. Paralyse, glaube ich, war es gewesen. Und er sagt da direkt schon ein bisschen wie, nein, 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 ihr müsst das nicht so genau nehmen wie D&D, also für Dungeons und Dragons die Fähigkeit. Aber auf jeden Fall sollten die alle so ein Thema sozusagen, die verbinden. Es ist eine Fähigkeit, die sie alle gleichermaßen haben und es die auf den Sack gehen wird. Also Paralyse, hätte ich fast gesagt. Also paralysieren, also betäubt seine Leitungen, drauf rumstehen, vor allem wenn die sterben. Danke dafür. So viel zu dem Nahkampf im Spiel. Zumindest gegen die Kerle. Dann haben wir ein paar sehr schöne kleine Bilder noch zu der Tenno Shotgun. Endlich kriegen wir die auch mal zu Gesicht. Ich meine, das ist ein sehr knuffiges Teil und haben ja auch ein bisschen länger schon darauf gewartet, bis wir das endlich mal mal ins Spiel kriegen, dieses Teil, weil sie haben ja vor keine Ahnung wie viel Folgen schon mal darauf hingewiesen, das dieses Ding mal vorhaben ins Spiel zu bringen. Und ja, sieht auf jeden Fall nice aus. Hat so ein bisschen was so von dem Effekt her und wie geschossen wird von der Strun, weil die ja auch so, die ist jetzt nicht Pump-Action unbedingt, aber ist auch eine von den Schrotgewehren, die eben nicht Dauerfeuer geben kann. Und ich bin mal gespannt, ob diese auch so ein einzeln nachgeladen werden muss wie die Strun im Spiel. Bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt, oder ob da mal gesagt wird, okay, du musst ein ganzes Magazin nachschieben und dann passt die Sache sofort. Dann meinten die Entwickler noch ganz trocken eben, ja, das nächste Update wird wahrscheinlich Richtung Korpus-Thema ein bisschen mehr behandeln. Wo ich jetzt sage mir ein bisschen, wie nach den ganzen Grineers, die wir kassiert haben, wäre das vielleicht eine Idee, weil auch die Infizierten sind ja schon wieder aufgeschlagen. Sonst bleiben ja noch die Korpus irgendwie übrig. Zumindest als große Fraktion, die man kennt. Und zuletzt kommen wir zum Thema Prime Vault. Und da, das hole ich mal, das tue ich mal ganz kurz ein bisschen erklären, nur für die Leute, die vielleicht jetzt neu in Warframe sind, weil nicht jeder kennt das Konzept unbedingt auswendig, wie das funktionieren soll mit dem Prime Vault. Da ja Mirage Prime wahrscheinlich bald oder in absehbarer Zeit ins Spiel kommen wird, haben wir wieder eine gewisse Anzahl von Warframes eben im Spiel und die Entwickler wollen eben nur eine gewisse Maximalanzahl haben. Das heißt, einer von den Warframes, die jetzt schon länger farmbar war, wird quasi aus dem Spiel entfernt. Zumindest jetzt wird man davon keine Relikte mehr neu bekommen können. Die Relikte, die ihr für diese Warframes schon habt, die behaltet ihr, aber es gibt halt keine Möglichkeit, nochmal Relikte für den in den Vault eingelagerten Warframe im Neu zu erhalten. Das war jetzt eigentlich die Idee von dem, ne, von dem, von dem Vault Prime, äh, von dem Prime Vault, nicht, aber Vault Prime vor allem, Vault Prime, der neue Warframe, der andere frisst. Nein, nein. Die Idee ist jetzt, wie gesagt, also wie gesagt, eine gewisse Anzahl ist halt nur da. Zusätzlich soll man eben noch dazu sagen, dass diese Prime Vaults natürlich auch zwischendurch mal aufgemacht werden. Meistens Mitte des Jahres, Pi mal Daumen, und am Ende des Jahres ungefähr. Und dann werden eben so ein paar Warframes daraus eben, wo die Leute schon sagten, eigentlich waren es bis jetzt immer zwei, die immer auftauchten, sowas zum Beispiel wie Ember und Frost zusammen. Und jetzt müssten es eigentlich mittlerweile sogar drei Warframes seine wieder aufschlagen, weil wir haben hier mittlerweile mehrere Warframes, die schon in dem Vault am Rum hantieren sind, beziehungsweise am Rum liegen sind, muss man ja eher sagen. Und da wird natürlich die Frage sein, welche das diesmal sind. Im Endeffekt sieht es so aus, dass für ein paar Wochen die Relikte farmbar sind von diesen Warframes, die eben eingelagert wurden, und danach verschwinden sie auch wieder. Also die Möglichkeit, die neu zu farmen. Und am Ende des Tages hofft man eben, genug von diesen Relikten gesammelt zu haben, dass man ein paar Sets vielleicht von diesen Warframes zusammenkriegt. Da kann man sie entweder verschenken oder auf dem Markt verscherbeln, oder eben, was auch der Fall natürlich sein kann, man benutzt sie eben einfach mal gerade selbst. Ja, da bin ich dann sehr gespannt. Ich bin dann, wie gesagt, sehr gespannt, welche Warframes diesmal rauskommen. Und jetzt am Ende des Jahres wahrscheinlich unnatürlich, ja, Mirage Prime. Ich bin dann sehr gespannt, wie sie aussehen wird. Ganz ehrlich, das ist für mich das Wichtigste, weil die taucht natürlich was. Die ist zwar sehr spezifisch mit dem, was sie tut, aber ich will wirklich wissen, wie sie aussieht. Weil, wie gesagt, der eine oder andere Prime Warframe sah in meinen Augen wirklich schlechter aus als die Originalfassung. Also die Original, sag ich immer, die ältere, die Nicht-Prime-Fassung. Und da hoffe ich mal, dass da wir ein bisschen Butter bei den Fischen tun und mal wieder mal ein paar sehr knuffige und schöne Warframes uns präsentieren. Wobei bei Mirage das so eine Sache sein wird. Gucken wir mal. Gucken wir einfach mal. Halt mal einen Ball flach und gucken mal. Und das wäre es auch schon gewesen. Danke für den Beinstand zu hören. Das war's mit dem K3. Und natürlich, wir gucken uns dann bald auch mal an, was in dem Hotfix gekommen ist, weil da ist ja durchaus ein bisschen Rüstung und ein paar Wäffelchen sind wieder aufgeschlagen und da habe ich natürlich schon ein bisschen was dran getan, um die reinzuziehen. Dazu aber dann im nächsten Video mehr. Bis zum Tage also und ciao. Ciao.